Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wilden Runde Auf ins Nix. Wir wissen immer noch nicht was wir machen sollen und ihr seid live dabei Irgendein Schwachsinn würde... Kann man eigentlich Müllfußball spielen? Nee Schade Boah, ihr hört einfach weiter Müllfußball, ey wir können gut Müll reden, aber Ja, darin sind wir wirklich gut, das ist fast wie... Ja Ach ja, meine Lieben Da 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 Was machst du denn da? Tanze gerade? So, da sind wir Also ich hab Angst, Hilfe Wo ist denn da? Wo sind Serro? Oh, guck mal, guck mal, ich hab ne Idee, stellt euch mal hier hin Insane, wo bist du? Ich war in deinem Map, geh raus, ihr seid weg Hallo Stellt euch mal hier hin Hier in die Ecke, alle in die Ecke Ganz nah, presst euch an mich Komm, so nah wie möglich Oh, 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 oh ja, das mag ich Das ist die absolute Droge, um Halt zu werden Hallo, ich seh gar nix, hallo Ich weiß gar nix, wo ich hin muss Oh, hier ein Knopf Oh Was ist denn los? Oh Aber ich bin Rambo, ist scheißegal Das wird laut Wie kommen wir da hoch? Ähm Feuerwehrleiter? Können wir ihn nicht runterholen? Ja, können wir ihn nicht runterholen? Was willst du runterholen? Ihn einen, ja Ja Gut, ich hab Scheiße gequatscht, du bist dran Hä? Wie ist der denn, hier lang? Ich hab keine Ahnung Wir haben vier Minuten Zeit, um die Antenne zu rüber Ich brauch einen Kaffee, ich hab Hunger Ich find's klasse, dass man hier auch wirklich alles ist Mechaniker, Söldner, alles Oh, und doof Ich bin gerade fünfmal um den Eingang hinweggelaufen, links, rechts Alter, die Sprachfehler fang an, wenn man den ganzen Tag hier zockt und redet Guck mal, wir sind zu doof, in dieses Ding hier reinzugehen Guck mal, jetzt hätten wir unten wieder einen Ich fäft ne Granate Lass mal nur mit Nades killen Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen Wir machen jetzt nur Fähigkeiten-Kills Oh, nicht schießen Wer schießt da? Nemi Ich schieß nicht Ich bin desorientiert Wir schreiten da so Habt ihr das gar nicht gehört? Okay, ich hab keinen Bock mehr, lass mal schießen Hast du nen Schalldämpfer drauf, Nemi? Ja Ich hör deine Schüsse nicht Bin er? Jetzt, jetzt, nur ganz leise Fischst du bei 21 Ich bin 20 Wollen wir's vielleicht bald nochmal versuchen mit dem 26er? Ja, aber ich muss ja morgen arbeiten Ich muss ja ausrücken Das kriegt keiner mit, wenn du jetzt sagst, dass du krank machst Nein, sagen sie es nicht Wenn ich es nicht weiß, kann man mich nicht zwingen gegen sie auszuladen 32.000 EP, das ist okay Damit kann ich leben, ich würd sagen, wir gehen zum nebennächsten Äh, Alter, ich kann nicht mehr reden Ich kann nicht mehr reden Ich kann nicht mehr reden Ja, das ist verhindert So, ich hab den neben, neben, dem dem nächsten Nebeneinsatz markiert Ich weiß nicht, wo steht Ich weiß nicht, wo steht Ich bin da Und er tut Leuten weh, die es nicht verdient haben Um das zu beweisen Ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht in Ordnung Wo seid ihr denn? Und? Ich kann wirklich nicht mehr reden, Alter Das ist echt kacke Das kann doch nicht sein Wo bin ich? Hallo? Oh, ein Bedürftiger Oh, ein Bedürftiger Komm her Ja, ein Erste-Hilfe-Kind für dich Was hast du für mich? Oh, das ist ja lieb Ein Schal! Nein! Oh, ein Pink ist der Heft Bei mir lässt er gar nichts mehr droppen, ey Ich hab wahrscheinlich schon alles Inventar aussehen Moment, ich hab ein Halstuch Ich raste aus Ähm, mir wird was angezeigt Ich komm, angerannt Oh, mal guck, da sind ein paar Oh! 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 Ähnlich ist bei mir hier wieder ein bisschen Nebel, Alter Nice da! Attacke! Er rett mit der Schrumpelnd auf mich zu Ich rett mit meiner Helm Plexig Hahaha Ich bin krank Ich bin völlig krank Kann sich meine Bomben entscheiden, was sie machen? Oh! 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 Neulicht! Mit Mami! Im Einkaufszentrum! Na, kann schon! Haha! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, erledigt! Nein! Oh! Ich gucke, was er hatte Er hatte nichts Pension So, Nebeneinsatz Hier ist schon wieder ein Dach. Vielleicht können wir auf der anderen Seite runter, dann haben wir uns den Weg gespart. Ist ganz schön neblig und eigentlich habe ich Angst im Dunkeln. Geil. Alter, ich sehe nichts mehr. Ja, das ist ein bisschen Blendefisch. Alter, wo geht es denn hier lang? Hier geht es nicht lang, glaube ich. Wo ist denn der Weg? Ah, hier ist ein Fenster. Oh, hier kann ich was kaufen. Was kaufen? Kein Erste-Hilfe-Set. Ich kaufe ein A. Ja, das ist eine sehr schöne Wohnung. Hör ich hier gerade in der Drohne? Ich höre gerade irgendwas piepen hier. Warte mal, hier sollte noch irgendwas sein in dieser Wohnung. Warte mal, da ist was parkiert. Hier, hier ist ne Drohne. Hier. Was? Ja, habe ich schon. Ach, die habe ich schon, sagt er ganz nebenbei. Wo? Wo? Hier. Okay, wer traut sich, das hier runterzuspringen? Wo ist die Drohne? Ja, hier oben. Oh, cool. Hi. Gleich mal einsammeln. Traust du dich, das... Traust du dich, hier runterzuspringen? Das geht nicht. Also ich habe es mich getraut, aber es funktioniert nicht. Mein Charakter ist zu schlau, er weiß, dass er dann Schaden kriegt. Das ist... Ich finde es so geil, dass man hier... Oh, das ist aber schön. Guckt euch mal bitte die Rentiere an. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Rentiere? Was ist bei dir denn nicht richtig? Bei mir gibt es die Rentiere, die leuchten sogar. Hier ist Action, glaube ich. Bist du hier in einem Geschäft drin? Ja, ich kaufe gerade nur einen Ring. Ja, einen Ring für mich? Natürlich. Oh, alles schwuchtel. Willst du auch noch eine Kette? Ja, ich bin stark in den Müll. Das sammle ich ein bisschen hier ab. Alter, was ist das? Neblig. Ja, ist geil. Egal, ich nehme meine Taschenlampe mit. Komm, folg mir. Folg mir. Ich will mal kurz eine Runde telefonieren. Buh. Ah. Guck mal, wir haben eine Nebelschlussleuchte mit dabei. Uns kann jeder von hinten sehen. Oh, hier ist Action, glaube ich. Ne, jetzt sind alles Grüne. Ach, Spaß. Scheiße. Wo ist denn jetzt der Nebeneinsatz? Ich sehe gar nichts. Ey, ich liebe dieses Ding. Ich wünschte, ich könnte noch die Farbe austauschen. Wie so ein Pokémon. So sagen, jetzt blau, jetzt gelb. Wo ist es? Wie lange rett ihr das denn da eher? Die ganze Zeit? Ja. Bis ihr den Gegner seht und dann geht's los. Müssen wir nicht zum Nebeneinsatz? Wo ist denn der? Hat den irgendwer gemacht? Ja, ich. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dorthin, oder nicht? Ach, Rolli ist gestorben. Rolli? Rolli. Waren wir hier schon mal? Nee. Ja, hier haben wir auf den Einsatz gemacht, wo wir mal hergelaufen sind. Nein, 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 nein. Das ist das nicht. Hier ist ein... Subway, Jungs. Eat fresh. Hätt ich Bock drauf. Hier ist, äh... Hier ist ein Echo. Wollen wir einen Kaffee trinken? Hier ist noch ein Echo. Komm, lass mal kurz reinsetzen. Loll, guck mal, die Batterie geht noch. Was für eine Batterie? Ja, hier das Auto. Hier ist ein Echo. Wo bist du eigentlich? Unten im Keller. Nemi. Was? Wir haben Johnny verloren. Leute, da hat mich ein Wanner gefasst. Kommt aus dem Keller gerade. Gott, ist das Bescheid. Ihr seht schon, Leute, es... Langsam tritt die Langeweile ein. Also wir haben hier gerade tatsächlich ein kurzes Loch, wo ich auch der Meinung bin, irgendwas hätte das Spiel machen müssen, damit es Sinn macht. Und hier, guck mal, hier hat die Batterie immer noch. Ich meine, die ganze Zeit leuchtet das Ding. Welche Batterie denn? Da, von dem scheiß Auto. Ach, bei ihm läuft ja richtig. Oh, hier ist ein Telefon. Moment, Moment, ich habe ein neues S4. Okay, aufgepasst. Hört mal zu. Pst, 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 pst. Hör mal Ruhe, bitte. Ich habe Fragen zu dieser Directive 51 und den Leuten mit den orangenen Armbandruhen und dem ganzen anderen Scheiß, der hier abgeht. Und von dem keiner weiß, was das soll. Also, heute ist euer Glückstag. Ich gebe euch eine Kurzfassung und danach will ich keine Fragen mehr hören. Gut, das Wichtigste zuerst. Ja, wir müssen das tun. Directive 51 kommt direkt aus dem Büro des Präsidenten. Das heißt, daran ist nicht zu rütteln. Wenn sie jemand in Kraft setzt, müssen wir spuren. Daran ist nix zu rütteln. Ich, äh, ich habe das auch aufgesammelt und dann hat er gesagt, bitte gehen Sie in den bespielbaren Bereich und jetzt habe ich ein Ladescreen. Echt? Ja, ja. Ich habe aber auch gesehen, dass du auf einmal weg warst und habe mich gewundert, wo du bist. Ähm, Nemi, magst du mal kurz warten? Ich muss hier ein paar Waffensachen wegschmeißen. Hier ist noch ein Handy. Ja, geht gleich los. Ich muss trotzdem noch ein paar Sachen wachen. Äh, blablabla. Alter, ich kann echt nicht mehr. Oh Gott, ich gebe es auf. Hab zu lange zockt heute. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, äh, ich hier noch nie war. Wo bin ich? Bitte zu euch. Wo bin ich? Guck mal, wo ich bin. What the fuck? Es bleibt alles so, wie es hier ist. Und da wird sich ja nichts ändern. Egal, ob du hier bist und nicht. Das riecht nicht dumm. Er ist der Beste. Auf jeden Fall. Bin ich jetzt wieder bei euch? Hallo. Ich weiß es nicht, aber mittlerweile spricht er auf jeden Fall besser Deutsch als ich. Ja. Oh, ich hab hier so ein Versorgungspack, aber wo muss ich damit hin? Ja, tja. Ich muss da runter, ich muss da runter. Ja, warte, ich muss hier runter. Du musst mich beschützen. Oh Gott, bin ich hier lang. Ich beschütze ich. Warte, 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 hier. Nimm die Kugel mit, besser ist das. Wenn das nicht so neblisch wäre. Wenn ich nicht so langsam wäre. Warum ist hier mal Strom? Oh, warum ist denn das dazu? Nein! Was denn mit dir? Was renntst du hier rum, hä? Das ist ganz schön verdächtig, doch die da rumrennt, Mann. Oder hier ist Action irgendwo. Hier ist Action. Ey, das war meine Kugel. Die hat irgendeinen Gegner gesehen. Ey, da ist was oben. Was Rotes auf dem Radar. Siehst du das? Ja, oben, 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 oben. Deswegen ist meine Kugel auch durchgedreht. Hinter mir, pass mal auf. Ich knall nicht weg, ey. Vor mir, vor mir. Hallo, hilft mir mal jemand? Hinter mir, vor mir. Überall. Vor mir. Ich lauf einfach weiter, ey. Macht das schon. Ich geb das jetzt ab da vorne. Komm, dem auch weiter rein. Komm her. Ach, der glatt zu mir ein ist. Du Bastard. Jungs, vor mir. Ich steh mich vor dich. Wir kämpfen hier gegen Bebe und Mörder. Was? Das ist so das JTF hier. Alles klar. Die anderen sind da oben. Ich renne einfach auf den zu. Ich bin Iron Man. So, wir brauchen nochmal Versorgungsgüter. Oh, abgeschlossen. Oh, 13.000 EP für... Oh, das war aber simpel. Gut, ich mach mal die nächste Nebenmission auf. Ja, wenn ich da auch gerne schießen kann. Hä, hä, hä. Ein Großkotz wie er im Buche steht überall rum, wo Sauna... Hä, warte mal ganz kurz. Da vorne ist noch einer. Das muss hier... Um das zu beweisen. Ich glaube, wir beide wissen, dass das... Einfach... Das ist der ja schon. Ach, das war der. Aber warum ist der denn noch gemarkt als... als gültig? Okay. Nee, das ist der nicht, oder? Ist der nicht... Wenn das kleiner ist, ist der nicht oben auf dem Dach? Ich bin mir halt auch gerade unsicher, ob das der ist oder nicht. Ich gehe aufs Dach. Nein, das ist... Das... Das hat auch ein bisschen kleine Akzente... Oh, hier ist noch ein Lieutenant. Hier oben, kommt her. Ja, guck. Egal ob oder nicht. Ob du hier bist und nicht. Vor allen Dingen dieses und ist so dumm. Ich mach das, Jungs. Ihr könnt einfach außen stehen bleiben. Ihr könnt wieder die VIP einladen. Ich mach's nur noch mit Pistol. Oh, oh, oh. Hallo, Pistol. Ich seh nichts mehr. Oh, 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 oh. Tolle. Hat er gerade seinen Titten da unten genockt? Man muss an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, wir können ihn nur so durchhassen, weil wir halt viel weiter über dem Level sind, ne? Viel weiter? Na, er geht. Ich bin 20 und ich bin 17. Ja, und ich bin 21. Aber wenn du es auf das Level bezogen siehst, dann sind das schon... dann ist das schon groß und... Ach, guck mal. Das war knapp. Fuck. Your Tits. We want revenge. Ich werde gerade nicht wacher durch den Nebenmissionen hier. Ach, ich sehe wieder nichts, weil ich da durchgelaufen wäre. Das war auch gar gar stark. Ach, er haut hier richtig eine runter. Der hat uns gerade alle geklappelt. Riecht geil. Ach, Joller, guck mal. Ach, wie dick. Schein. Oh, geschlagen. Ach. Oh, Big G. Egal. Oh, da hinten kommt noch was. Ach, hallo. Wollen wir den auch so klappeln? Hau deinen Haus auf deine Positionenpakete. Lass mal erstmal alle anderen wegmachen. Okay. Lass ihn mal leben. Alle drumherum. Äh. Hau ich nicht. Oh, der macht aber schon ein bisschen Schaden. Ja, komm, wir hauen ihn jetzt. Ist doch egal. Au. Oh, kann mal jemand Midi-Pack schmeißen? Ich hab keins. Warte, ich hab eins. Bein tausend Schaden. Ich kann das gleich alle aus dem Leben. Oh, das ist kritisch. Jetzt hab ich mein extra Ding. Wie schnell der runter geht denn? Sind das tot? Nein. Ja, lauf aus dem Heal-Kreis rauf. Dadurch wird es natürlich besser. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen alle hinten auf seine Munitionspaket schieben. Er denkt so, hier ist es nicht. Ah, oh. Oh, okay, ich bin down. Äh, ich will nicht aussterben, bitte. Ist mir egal, ist mir egal. Ich schwör, die hat nicht verhauen. Ich wollte das nicht machen. Aua. Haut auf seinen Healscheiß da hinten. Digga, pünschte wieder tot. Wie er einfach seine Waffe am Lauf nimmt und damit loshaut. Habt ihr das gesehen? Oh, das ist mal die dicke Wumme hier auspacken. Komm her. Retz mich mal bitte, ist mir egal. Du bist auch gleich tot, aber ist mir egal. Ihr könnt euch gegenseitig retten. Ist mir schein egal. Ich verstecke mich hier. Jetzt könnt ihr ihn hauen. Oh, oh. Oh, ich flash ihn. Komm, den Rest kriegen wir auch so hin. Bam. Durch. Bam. Hey, falls jemand fragt, sagen Sie ruhig. Au, was war das? Blutende Wunde, was war das denn? Ich sterbe gleich. Oh, du Scheiße. Er ist tot und hat uns fast getötet. Was soll das? Er ist ein Märtyrer. Ach so. Du willst so weh, ne? 450 Schaden auf Präzisionsscharfsgewehre. Scharfsgewehre nochmal. Scharfs. Und auf 128 auf Pistolen. Oh, da hinten ist noch ein Leji. Hier hat man eine Kugel. Was explodiert hier denn alles? So, ähm, gut. Was ist jetzt nochmal der Auftrag? Dann fertig. Fertig mit Auftrag. Keine mehr. Ja, irgendwas brauchen wir noch. Mir ist lang. Also, das ist doch scheiße. Warum haben die denn da so eine riesigen... Was soll diese Lücke? Ne, jetzt mal ohne Witz. Also, wenn wir jetzt mal wirklich darüber nachdenken. Also, ich finde, diese Lücke ist wirklich unnötig. Dass wir jetzt in keinen Dungeon... Vorher konnte man alles per Dungeon machen. Es war spannend und irgendwie cool. Na, wir können ja immer noch ins Dungeon gehen. Ist immer noch spannend und cool. Aber kriegen wir halt nicht hin. Ja, wir kriegen halt keine EP. Was soll das? Und wenn wir in die höheren gehen, Das schaffen wir halt nicht. Deswegen. Also, an sich ist das ein bisschen unnötig gelöst. Na, die wollen halt auch, dass man so Nebeneinsätze macht, denk ich mal. Das sind nämlich die Nebeneinsätze. Die geben nämlich auch. Hier ist zum Beispiel noch einer, der gibt 60 Sicherheitsflügelgüter. Die würde ich auch mitnehmen. Flügelgüter. Flügel. Geflügelgüter. Oh, super, man hat ihn da. Na, guck. Wo seid ihr denn? Ich bin auf dem Weg zu dir. Aber ich muss mich jetzt hier ausklinken, weil... Mitten in der Folge. Ich bin enttäuscht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, dann machen wir halt einen Folgencut, damit du auch Tschüss sagen kannst, oder? Also, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. War eine sehr kurze Folge, aber wir müssen wirklich uns erst einen Plan machen, was wir nach und nach abfahren. Damit das hier nicht so ein wildes Durcheinander wird und wir uns die Schatten angucken und uns im Schatten wälzen. deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir verabschieden uns von euch. Nemi? Ja. Ja, ist eine super Antwort. So, du darfst. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.